Ich baue hier mal zu, dass ich hier zumindest das Eisen einigermaßen sicher abbauen kann. Das hier brauche ich nicht. Aber hier sieht es auch nicht nach Diamanten aus. Schauen wir mal hier. Ich höre so viele Zombies. Ich sehe bloß keine. Wo sind die denn? Ich weiß nicht, wo die sind. Echt? Keine Ahnung. Da ist noch mehr Lava. Nö, keine Diamanten. Ich schaue mich hier gerade um, aber hier sieht es nicht nach Diamanten aus. Nee. Ich täusche mich vielleicht auch teilweise, aber hier sind erstmal keine. Aber hier ist irgendwie ganz schön... Verdammt, keine Diamanten. Verdammt. Warum sind hier nur keine Diamanten? Hm, warum sind hier nur keine Diamanten? Ich weiß auch nicht. Verdammt. Tja, so. Nur für die Leute, die sich gerne aufregen, dass ich Diamanten übersehe. Verdammt, hier sind auch einfach keine Diamanten. Ne? So, äh, warte mal. Bevor ich mich jetzt hier... Bevor ich jetzt diese Diamanten abbaue, ist da drunter erstmal Lava. Was total unpraktisch ist. Äh, und hier... Außerdem ist hier überall Lava. Was generell total unpraktisch ist. Ähm, kann ich hier irgendwie so vielleicht... So, mir erstmal hier einigermaßen... Ein bisschen Fläche zum Stehen, äh... Ne, und so. So, jetzt ist da drunter Lava. Warte mal ganz kurz. Hallo? Kannst du da nicht vielleicht was hinsetzen? Ne, offensichtlich nicht. Hier kann er was ransetzen. Warte mal, so. Und hier ran doch auch. Moment. Nein, da hin. Da ist auch nochmal Lava. Warte mal. Jetzt geht die hier nicht weg. Geh weg. Du Lava. So, warte. Hier vielleicht. Keine Lava. Hier ist noch Lava. Okay. Da kann ich noch was hinsetzen. Hier drunter ist auch erstmal so. Oh, ich hab... Boah, ich hab noch ein paar Kobbels. Warte mal, halt. So, jetzt kann ich die erstmal... Nein, nicht mit dieser Spitzhacke, sondern mit dieser Spitzhacke. Effizienzbegutsamkeit 1. Passiert nämlich das folgende. Das hier. So, und jetzt haben wir schon mal zwei Diamantblöcke. Heißt also mit Glück ein paar Diamanten. Und jetzt hab ich wieder die Haltbarkeitsspitzhacke. Die normale Spitzhacke. Also meine ich... Ähm, jetzt muss ich bloß gucken, dass ich hier irgendwie rüberkomme. Möglichst lebendig. Das wär ganz toll. Warte mal. Hab ich hier nicht noch irgendwo... Wo sind denn jetzt hier die Steine? Da. Ritt. So, ich presse jetzt den Finger mal auf Schiff und hoffe, dass ich hier nicht runtergeschossen werde. Ich geh jetzt einfach mal so rückwärts. So, Moment. Hört das auch mal auf, die Lava? Ah, hier. Alter, hier müsste ich einen Wassereimer mir eigentlich craften. Ne? Also was ist denn das hier? Einfach für eine krasse Landschaft. Hier ist überall Lava. Das ist ja unfassbar. Zumindest können hier eigentlich keine Monster sein. Ich hätte das jetzt nicht sagen sollen. Aber rein theoretisch ist jetzt überall Lava. Also folglich ist es ein bisschen zu hell zum Spawnen. Soweit zur Theorie. Da hinten geht's noch weiter. Hier kann ich mich durchgraben. Da finde ich zumindest Redstone. Ich dachte, hier wäre jetzt noch irgendwas. Aber ich krieg Steine. Das ist ganz gut. Ich geh jetzt mal hier rüber. So, ansonsten... Muss ich mich gerade mal umgucken. Da hinten. Ach, hier geht's ja überall weiter. Ach Gott. Das nochmal Redstone. Den ich aber gar nicht haben will. Hier ist überall Lava. Alter Schwede. Und hier ist nochmal Kies. Na toll. Na wunderbar. Noch mehr Lava. Als hätte ich nicht schon genug. So, warte mal. Hier hinten gucke ich mal, ob ich hier vielleicht... Ne, man weiß ja nie. Vielleicht findet man ja hier Diamanten. Hm. Offensichtlich ja nicht. Hm. Tja, wenn ich jetzt hier lang gehe, dann... Werde ich in die Lava fallen. Warte. So. Ich höre jemanden. Nicht sehr nettes. Einen Zombie höre ich hier irgendwo. Ich weiß bloß nicht, wo er ist. Keine Ahnung, wo soll der sein. Alter, wieso ist hier überall Lava? Verdammt nochmal. Alter, jetzt muss ich hier bloß noch lang kommen. Mache ich mal so. Da verbrennt der Stein so halb, aber das ist mir gerade egal. Ist ja schon wieder Lava. Mein Gott. Hört ja gar nicht mehr auf. Oh, hu, hu. Huf. Okay, warte. Wo geht's denn hier wieder hin? Ich geh jetzt mal hier... Das ist auch Lava. Ich weiß gar nicht, wo ich lang soll. Hier ist überall Lava. Machen wir es mal so. Halt. So, Moment. So, okay. Moment. Also jetzt hier einmal durch. Äh, ein Breit reicht eigentlich. Oh. Kies ist auch schön, aber brauche ich gerade nicht. So, warte. Ich möchte eigentlich hier weiter und noch mehr Diamanten finden. Wo bin ich jetzt? Auf welcher Höhe? Zwölf. Okay. Ja, egal. So, ich finde Redstone. Warte mal, dann nehme ich den wenigsten mit der anderen Spitzhack noch mit. Wenn ich schon welchen habe. Jetzt habe ich Cleanstone. Na toll. Äh, warte. Ein Cleanstone. Wow. Ähm. So, normaler Cobblestone. Hier war doch jetzt noch irgendwo was. Hier war nichts mehr, ne? Ne, da über mir ist Wasser offensichtlich. Ach, sieh mal eine an. Hier bin ich jetzt also. Ich weiß nicht, wo das ist, aber hier bin ich jetzt also. Gut. Da unten ist offensichtlich Redstone, aber wirklich weiterbringen tut mir das, tut mich das jetzt nicht, muss ich ja sagen. Da habe ich mich durchgebuddelt. Hier ist jetzt auch... Da geht's weiter. Okay, warte. Und da oben geht's auch nochmal hin. Hallo, schwimm nochmal hoch, bitte. So, wo bin ich denn jetzt nur? Wenn ich das wüsste. Alter, was ist denn das hier? Schon wieder hier überall Lava und... Ach, keine Ahnung. Hier geht's weiter. Die nächste Schlucht. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Alter. Minecraft. Ernsthaft. Jetzt ist hier noch eine Schlucht. Ich glaube das gar nicht. Und da ist Lapislazuli und ein Creeper. Er beobachtet mich. Er ist etwas wütend. Er neigt zum Explodieren so ein bisschen. Glaube ich. Aber ich gehe ihm mal gekonnt aus dem Weg. Ich glaube, wenn er hier herkommt, wird er eh verbrennen in der Lava vorher. Alter, jetzt ist hier schon wieder... Ich habe schon wieder eine Schlucht gefunden. Das ist doch echt unglaublich, oder nicht? Was sagt ihr dazu? Aber halt keine Diamanten. Also zwei, aber sonst... Wow, Alter, Hilfe. Ey, Alter. Dreckspinne. Boah, machst du mich fertig? Mein Gott, hier so kurz in der Nähe der Lava ist das nicht so gut. Wenn hier eine Spinne ist. Ich mache hier mal die Lava kurz zu. So, Moment. Ich hoffe, dass ich hier... Wow. Aus das Dunkel auf einmal habe ich mich erschrocken. So. Dass ich hier irgendwo Diamanten finde, hoffe ich ja. Noch gerade im Moment. Dafür habe ich jetzt Gold gefunden da. Da ist schon wieder... So ein Drecksvieh hier. Mann, die fallen alle von oben runter. Das ist so scheiße. Alter, wie weit der weg fliegt. EP. Gib mir deine EP. So, Level 36. Das hilft mir jetzt auch nicht wirklich weiter. Ah, hier ist schon wieder eine Schlucht. Das ist unfassbar echt. Wie viele Schluchten kann man bitte finden? Äh, ach nee. Hier ist nur der Redstone, der da leuchtet. Ach, hier geht es ja noch weiter, Mensch. Ähm, wo bin ich denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, ob ich werde hier gerade angeschossen oder abgeschossen. Hier zählt jemand auf mich mit seinem Pfeil und seinem Bogen. So, mit seinem Bogen eigentlich, mit dem Pfeil zieht er? Zählt er mit dem Pfeil oder mit dem Bogen? Ähm, eine gute Frage. So, hier unten ist schon wieder Lava. Da unten ist schon wieder Lava, Mensch. Ein Zombiekönig. Aber irgendwie sind die Diamanten recht selten in letzter Zeit hier irgendwie. Was habe ich jetzt bekommen? Alter, einen goldenen Bankenschutz. Ist natürlich auch nicht schlecht. Ähm, bin ich jetzt tief genug für Diamanten? Zwölf. Von der Höhe her sollte eigentlich passen. Gut, wenn ich jetzt hier hoch gehe, nicht. In der Hoffnung, dass es hier noch irgendwo runter geht. Ne, hier geht es erstmal gar nicht weiter. Oder vielleicht doch. Ach Gott. Na toll. So viel dazu. So viel zum Thema. Hier geht es ja gar nicht weiter. Wah, hey, hallo. Ich muss mal in die andere Richtung. Warte mal, so. Ich rolle mal in die falsche Richtung mit dem Maus-Ding. So, ich schau mal, wo mich diese Strömung hintreibt. Hö? Smaragde? Warte mal, die Strömung treibt mich jetzt hier hin. Hier sind Smaragde? Wieso sind hier Smaragde? Okay, ähm. Ein Smaragd habe ich jetzt. Das ist natürlich auch toll. Das, äh, hilft mir jetzt aber auch nicht wirklich weiter. Hier kann ich runter. Ja, gut. Hier ist noch Eisen. Aber sonst, na toll. Ist da nichts. Aber, okay. Interessant. Die Lava ist schneller weg, als, äh, ich die, naja. Ihr wisst, was ich sagen wollte. Als ich die, als das Eisen herunterfällt. So, ist auch interessant, ne? Also, wenn ihr irgendwann mal Eisen abbaut und das unter Wasser und da drunter ist Lava, dann seht ihr ja, was passiert. So. Oh, schon wieder aufmarscht dieser nackten Zombies hier. Das ist so eklig. Mann, 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 Mann. Bei der Armee an Zombies komme ich mir echt vor wie im Deutschen Bundestag. Das ist ja schlimm. So, warte. Ist das die gleiche Schlucht? Sag mir nicht, das ist eine andere Schlucht. Nee, nee, das ist die gleiche. Okay. Gut, aber sonst ist hier noch irgendwas? Nee. Sieht das nicht danach aus? Aber hier geht's ja auch noch weiter, Mensch. Und vor allem ist hier überall, Alter. Wie viel Lava ist denn hier bitte? Da ist eine Fledermaus. Äh. Alter, wie riesig einfach diese Höhle ist. Da oben. Ist doch jemand. Hä? Was war das denn? Da war auch noch jemand hinter mir offensichtlich. Alter, wo kommt die alle her? What the fuck? Jetzt kommen wir hier erstmal fackeln hin. Wo kommen die alle her, diese verdammten Creeper? Wie viel waren denn das jetzt schon wieder? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall viel zu viele. Hier geht die Schlucht noch offensichtlich weiter. Oder ist das was anderes? Ich weiß es auch nicht. Sprengkohl war toll. Da unten ist Lava. Hier ist überall Lava. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt als nächstes hin soll. Ich probiere es mal hier. Aber dazu sollte ich vielleicht mal diesen Lava-Sturm da ausmachen. So, wo führt mich denn das hier hin? Hier ist irgendwie gerade... Geht es hier noch weiter? Ja. Natürlich geht es hier noch weiter. Da geht es auch runter. Äh, wo bin ich denn nur? Alter, wie riesig ist denn das hier bitte? Wie soll ich denn hier? Gehen wir jetzt wieder rausfinden. Sag mir das mal einer. Ich gehe jetzt erstmal hier runter. Hier bin ich jetzt irgendwo. Oh, ich habe keine Ahnung. Ich mache mal hier ganz kurz meinen Überweg. Hier ist ansonsten aber erstmal kein Diamant. So wie es aussieht. Warte, manchmal so. War jetzt... So, kommt das Wasser weiter und hat mich auch gerade wieder erschreckt. Oder erschrocken. Oder keine Ahnung wie. So, hier ist sonst aber auch nichts, ne? Ne. Ne, nichts. Nichts. Hier geht es nur hoch. Ach, jetzt bin ich hier oben. Ne. Ach, hier bei dem Lava-Dings. Okay. Gut, hier geht es auch nochmal nach oben. Und hier geht es auch wieder runter offensichtlich. Ja. Gut, hier ist noch Eisen. Komm, das nehme ich auch nochmal mit. Aber ansonsten brauche ich eigentlich jetzt nichts mehr außer die Diamanten. Die hätte ich jetzt gerne. Also mehr hätte ich jetzt vor allem gerne. Und ich würde natürlich auch die behalten gerne, die ich schon habe. Warte mal, wo wollte ich jetzt... Ach, jetzt wollte ich hier runter nochmal ganz kurz. Mal gucken, was hier noch ist. Hier ging es ja noch in eine andere Richtung. Oder war ich da schon? Ich glaube nicht. Ich sollte hier nicht hin. Weil da fließt Wasser in die Lava rein. Das ist nicht so gut. Ich mache mal das Wasser hier manchmal ganz kurz zu. Na, na. Hat er wieder daneben gesetzt. Das ist manchmal echt schlimm in Minecraft, ne? Mit dem Setzen der Blöcke ist manchmal echt ein bisschen doof. Alter, was ist denn heute los mit diesen Creepern? Ich meine, wenn die auf Obsidianen explodieren, ist ja nicht so tragisch. Das machen sie eh nicht kaputt. Können sie gar nicht. Aber trotzdem. Ansonsten ist hier auch nichts, ne? Der Creeper ist jetzt in die Lava gefallen offensichtlich. Ich sehe aber auch keine Diamanten gerade. Aber hier ist auch überall ein Tag. Ist ja auch überall runter. Was ist denn das hier nur für... Dass meine Fackeln sind. Nicht alle. Ich habe ja noch mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Ernsthaft. Ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe jetzt mal hier runter und schaue mal, ob hier vielleicht irgendwo... Aber hier sind auch keine Diamanten, ne? Ne. Irgendwie nicht so. Da ist nur eine Fledermaus. Na nu, jetzt... Lass mich doch mal hier hoch. Lass mich hier hoch. Und ach von da. Na toll. Da kommt das Wasser her. Kann ich auch nicht ausmachen. So, warte mal. Hm. Wo kann ich denn jetzt noch hin? Ich weiß gar nicht, wo ich nicht hin kann. Ich kann ja überall hin. Das ist so unübersichtlich hier. Und da ist auch schon wieder... Warte, bevor ich da jetzt reinfalle. Da unten auch nochmal. Halt. Oh, da ist schon wieder alle. Aber ich habe ja noch mehr. Ich habe ja noch mehr. So, bleib jetzt mal hier. Nein, nein. Nicht da rein treiben lassen. So, warte. Ich höre jetzt schon wieder ein Zombie. Das ist gar nicht gut. So, aber hier ist jetzt auch erstmal nichts Diamantenhaftes. Alter, was sind das nur für Schluchten? Hier ist schon wieder Lava. Also, ja, Schluchten habe ich auch genug gefunden. Das ist jetzt gerade keine. Aber hier ist auch schon wieder Lava. Und hier geht es auch überall hin, Alter Schwede. Da sieht doch kein normaler Mensch mehr durch. Beziehungsweise, wie sollte man denn auch... Ähm... Sag mir nicht, dass das... Ne, das ist schon wieder... Aber das ist eine Schlucht an der Oberfläche offensichtlich. Ich sehe da oben Tageslicht. Alter! Wo bin ich denn jetzt hier schon wieder? Vor allem, warum ist da Holz? Wer baut denn hier unten Holz hin? Warum sollte hier unten jemand Holz hinbauen? Ich baue mir das Holz wieder ab. So. Das ist jetzt diese Schlucht hier schon wieder. Also gut, ich weiß zumindest, wo ich bin. Das ist ja schon mal von Vorteil. Alter, das ist so riesig hier. Ich glaube aber nicht, dass ich hier noch Großdiamanten finden werde, so wie es aussieht. Alter, wie viele Schluchten hier einfach zusammenhängen. Die hängen ja wirklich alle zusammen. Hier oben ist ja jetzt... Ne, welche Schlucht ist denn das jetzt hier? Das ist jetzt... Ne, das ist jetzt diese Schlucht. Die andere jetzt hier, ne? Ihr wisst, welche ich meine. Hoffe ich. So. Welche Spitzsacke habe ich jetzt? Okay, die richtige. Gut. Nimm ich mal das Eisen hier mit. Auch unter Wasser. Nein, du jetzt. Komm, nimm das. So. Okay, dann einmal hinaus. Aus dieser komischen Schlucht. Alter. Was zur Hölle. Jetzt hier hoch. Schwimm. Schwimm. Vor allem ist Nacht. Warum ist immer Nacht? Warum? Hier hängen wirklich zwei Schluchten zusammen. Eine normale Schlucht ist eigentlich nicht so hoch. Äh, hallo? Nicht so tief, meine ich. In dem Fall, ja. Hallo, jetzt schwimm doch da mal hoch, verdammt. Alter, der kommt da einfach nicht hoch. Jetzt schwimmt er hier schon wieder raus. Schwimm doch diesen blöden Wasserfall einfach hoch. Oh Gott. Ah, jetzt ist hier Lava. Na toll. Soviel zum Thema Wasserfall hochschwimmen. Siehst du ja, wie gut das klappt. Wo bin ich denn jetzt? Hier bin ich jetzt. Hier will ich jetzt hoch. So. Okay, jetzt bin ich hier. Gut. Da ist noch Eisen. Das nehme ich auch nochmal mit. So, hier halt. Hier will ich nicht runterfallen. Diese Schluchten, ne? Hmm. Hmm.